ULNATCO Karl Kuhle Aus mir der Gegend an die internen Jan Basonek! Drei, zwei, drei, zwei, drei. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war der Koppelkampfer, der Koppelkampfer, der Koppelkampfer. Schöne Das ist eine große Herausforderung. Das ist nicht so gut, aber es ist nicht so gut. Das ist ja immer weg, Mann. Sieger in diesem Kampf mit Referee Stop-Sit-1 gegen Runde 1, Jan Marsalic! Sieger in diesem Kampf mit Runde 1, Jan Marsalic!